allah subhanahu alaihi wa sallam jalla wa ala wa ala a'udhu billahi min ash-shaytan rajeem wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum eure herr sprach bittet mich ich werde eure bitte erhören spricht allah subhanahu wa ta'ala im quran die ulama sagen bittet mich das ist ein befehl von allah subhanahu wa ta'ala ein befehl von allah subhanahu wa ta'ala ihn zu bitten und die ulama sagen wir müssen allah subhanahu wa ta'ala gehorchen in dem was er befohlen hat subhanahu wa ta'ala und hier befehlt uns allah subhanahu wa ta'ala ihn zu bitten und der mensch bittet allah subhanahu wa ta'ala oft um seine Angelegenheiten Angelegenheiten zu erledigen wie adnallahu subhanahu wa ta'ala und sucht Hilfe über allah durch seine Bittgebete damit seine Angelegenheiten erledigt werden im arabischen Bittgebete was heißt du'a du'a ist dieser Ruf des Diener Allahs zu Allah indem er ruft ja rab ja rab ja und dieser Ruf bedeutet ich bitte allah subhanahu wa ta'ala um etwas was ich gerne haben möchte oder ich bitte allah subhanahu wa ta'ala damit er subhanahu wa ta'ala etwas von mir fernhält was ich nicht gern habe etwas was mir vielleicht schaden könnte also ich muss allah bitten das ist addu'a ich bitte allah subhanahu wa ta'ala damit er meine Angelegenheiten erledigt subhanahu wa ta'ala damit er sie erleichtert insha'Allah meine Wünsche erfüllt oder ich bitte allah subhanahu wa ta'ala damit er von mir den Übel fernhält das ist addu'a im Islam und allah hat uns befohlen subhanahu wa ta'ala ihn zu bitten das ist allein an sich eine Ibad weil allah gehorcht in seinen Befehlen subhanahu wa ta'ala automatisch hat er damit wird allah subhanahu wa ta'ala angebetet azza wa jal und wird für seine Gehorsamkeit gegenüber allah subhanahu wa ta'ala belohnt von allah subhanahu wa ta'ala unabhängig von der Antwort allah subhanahu wa ta'ala unabhängig also es gibt zwei Sachen in dieser Ayah wo allah sagt wa qala rabbukum ud'uni allah hat uns gesprach subhanahu wa ta'ala bittet mich ich werde eure Bitte was erhören hier ist ein Versprechen von allah subhanahu wa ta'ala das ist sehr wichtig zu erkennen im Islam ein Befehl und ein Versprechen von allah subhanahu wa ta'ala das heißt die Person die allah bittet azza wa jal muss mit dieser Absicht allah bitten subhanahu wa ta'ala allah zu gehorchen in dem was er befohlen hat subhanahu wa ta'ala und mit Gewissheit dass allah subhanahu wa ta'ala meine Bittgebete erhören wird weil allah es versprochen hat also man darf nicht hier a'udu billah an allahs Versprechen zweifeln denn niemand hält sein Versprechen wie allah subhanahu wa ta'ala aber wir heute subhanahu wa ta'ala sind viele Muslimin beispielsweise die machen Dua die bitten Allah subhanahu wa ta'ala häufig mashaAllah die bitten Allah ständig alhamdulillah um etwas aber oft ist es so dass ihre Angelegenheit nicht erledigt wird es gibt verschiedene Gründe dafür weil im Islam das Bittgebet hat Voraussetzungen die Annahme des Bittgebetes hat Voraussetzungen im Islam beispielsweise inshaAllah während ich bete ich kann im Bittgebet weil diese Frage wurde häufig auch gestellt wann darf ich im Gebet Allah bitten subhanahu wa ta'ala wir haben einmal ein Hadith erwähnt wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinngemäß gesagt hat der Diener Allahs ist im Sujud im Niederwerfung am nächsten zu Allah oder am nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala so vermehrt eure Bittgebete sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dort im Sujud bist du direkt bei Allah subhanahu wa ta'ala der Quellen du kannst Allah so viel bitten wie du willst ja das ist sehr wichtig inshaAllah aber es kann sein ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala im Sujud in eine Ibadah das ist das Gebet hier gemeint aber es kann sein mein Bittgebete im Sujud obwohl ich am nächsten bin zu Allah subhanahu wa ta'ala und werde nicht angenommen der Grund dafür ist dass du dein Gebet verrichtest ohne Aufrichtigkeit weil eine Voraussetzung für die Annahme unserer Bittgebete in einer Ibadah ja es ist nicht unabhängig von Ibadah hier ist es während ich bete oder bei der Pilgerfahrt kann man auch viele Dua beispielsweise machen Jabal Arafa im Berg von Arafa die Bittgebete werden erhört bei Allah von Allah subhanahu wa ta'ala auf der Reise beim Tawaf im Umrundung von Kaaba Alhamdulillah werden die Bittgebete erhört beim Safa und Marwa auch Alhamdulillah beim Fasten werden die Bittgebete erhört weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt die Bittgebete des Fastenden werden von Allah erhört solange er fastet und beim Fastenbrechen hat der Muslim ein Bittgebete welches von Allah nicht abgelehnt wird das hat das Wert erhört von Allah subhanahu wa ta'ala ich sagte vorhin den ersten Ramadan 30 Tage lang hast du so viel Zeit um Allah zu bitten subhanahu wa ta'ala aber wenn du Ramadan fastest ohne Aufrichtigkeit und du bittest Allah in Ramadan während du fastest deine Bittgebete werden nicht erhört aus dem Grund weil du nicht mit Aufrichtigkeit mit Ikhlas gefastet hast also eine Art die erste Voraussetzung damit unsere Bittgebete erhört werden bei Allah subhanahu wa ta'ala sei es im Gebet oder bei der Pilgerfahrt oder beim Fasten oder egal welche Ibadah in der wir Allah bitten können subhanahu wa ta'ala ist die Voraussetzung Pflicht für dich dass du diese Ibadah mit Aufrichtigkeit verricht damit dein Bittgebete erhört wird das ist die erste Voraussetzung weil wenn du a'udhu billah betest aus Scheinheiligkeit oder Augendienerei damit die Menschen sagen MashaAllah ist ein guter Diener Allah ist guck mal wie er betet damit du gelobt wärst von den Menschen a'udhu billah dein Bittgebete in dieser Ibadah wird abgelehnt wird nicht erhört werden von Allah subhanahu wa ta'ala weil Allah akzeptiert nur aufrichtige Ibadah Taten die mit Aufrichtigkeit verrichtet werden zweite Voraussetzung damit unsere Bittgebete erhört werden ist auch sehr sehr wichtig darauf zu achten ist dass unsere Bittgebete keine Feindschaft enthalten was heißt Feindschaft beispielsweise ich bete zu Allah subhanahu wa ta'ala damit er jemand schadet es gibt heute leider unter den Muslimin Eltern die a'udhu billah Bittgebete gegen ihre Söhne und ihre Töchter machen warum weil vielleicht der Sohn liebt seine Frau oder die Frau wie sagt man der Ehemann liebt seine Frau das heißt der Sohn dieser Familie liebt die Ehrefrau die die Familie nicht liebt was hören wir vom Vater er verflucht seinen Sohn er bittet Allah subhanahu wa ta'ala dass die beide geschieden werden oder die Mutter bittet gegen Allah subhanahu wa ta'ala damit ihre Tochter unglücklich wird mit diesem Mann weil die Mutter ihn nicht liebt sowas im Islam wird nicht erhört von Allah subhanahu wa ta'ala weil in diesen Bittgebeten ist Feindschaft drin und Allah akzeptiert keine Feindschaft subhanahu wa ta'ala das heißt oder beispielsweise jemand bittet Allah subhanahu wa ta'ala damit die Verwandtschaftsbande nicht mehr gepflegt wird damit die Familie auseinandergenommen wird und das ist nicht islamisch und das wird bei Allah subhanahu wa ta'ala auch nicht erhört es gibt beispielsweise Eltern die beispielsweise sie glauben dass sie öfter glauben dass sie im Recht sein beispielsweise der Sohn möchte eine bestimmte Frau heiraten die fromm ist die Voraussetzung erfüllt die Prophet Muhammad erwähnt hat dass sie beispielsweise fromm ist und Tugend sie unterstützt ihren Mann in seinen Dien also seine Religionsangelegenheiten und Dunja Angelegenheiten das ist der beste Schatz für den Mann den er findet das ist das beste was ein Mann Alhamdulillah wie er sagt Dunja ist ein Genuss und der beste Genuss in dieser Dunja ist eine fromme oder eine tugendhafte Frau eine fromme und eine Tugendhafte ist der beste Genuss in diesem Leben wenn er sie anschaut sie erfreut ihn Alhamdulillah durch zwei Sachen durch ihr Aussehen und durch ihr Charaktereigenschaften ihr Verhalten ihm gegenüber wenn er Anweisungen gibt beispielsweise mit Allerliebe und diese Anweisungen dürfen auch nicht im Islam über die Grenzen Allahs gehen der Mann darf auch nicht seiner Frau etwas befehlen oder Anweisungen geben die verboten sind im Islam beispielsweise es gibt ein Mann sagt ok zieht ein Hijab aus darf die Frau ihr Mann hier gehorchen nein sie dürfen nicht gehorchen es gibt eine Grundlage im Islam man darf keinen einzigen Geschöpf gehorchen der uns ruft dazu Allah sich Allah zu widersetzen subhanahu wa ta'ala das heißt jemand sagt zu mir dazu eine Frau zieht ein Hijab aus auch wenn sie ihn liebt sie darf ihn nicht gehorchen weil Allah und sein Gesandter gehen vor subhanahu wa ta'ala und diese Frau bewahrt alles was dem Mann gehört alles was ihm gehört sie bewahrt sich selbst indem sie nicht zur Show stellt sie wenn er verreist ist sie bewahrt sein Zuhause kein fremder Mann kommt nach Hause Sie bewahrten seine Kinder indem sie gut erzieht sie bringt ihnen gute Charaktereigenschaften bei ein gutes Verhalten bei Alhamdulillah und noch dazu sie ist treu und sie bewahrten auch sein Geld damit sagen die Ulama wenn ihr wenn der Mann sein Geld anvertraut sie geht nicht verschwenderisch damit um beispielsweise wenn so ein Mann so eine Frau findet die alle Voraussetzungen erfüllt die Rasul Allah erwähnt hat in diesem Fall ist die Frau nicht wie sagt man das sie darf nicht ihrer Familie gehorchen in diesem Fall natürlich man muss zum Imam gehen oder imam muss mit den Eltern reden sie aufklären dass sowas nicht im Islam gibt weil ein Marokkaner muss nicht eine Marokkanerin heiraten so was gibt es nicht im Islam eine Sache vereint uns ist la ilaha lallah muhammad und Rasulullah und noch bei Allah der Angesehenste ist nicht der Tunesier oder Marokkaner oder der blonde Haare hat oder schwarze Augen hat sondern die Person die Allah am meisten fürchtet der Angesehenste unter uns bei Allah ist der der sich am meisten hütet vor Allah der sich hütet vor all dem was Allah verboten hat und ist der der Allah am meisten fürchtet das ist das worauf Allah Egal wo man herkommt sowas gibt es nicht im Islam und wenn ein Mann beispielsweise kommt der fromm ist und die Voraussetzung erfüllt wie die Rasul auch erwähnt hat dass man mit seiner Art Weise wie er den Islam praktiziert zufrieden ist zufrieden mit seinen Charaktereigenschaft er hat einen guten Benehmen so verheiratet eure Tochter mit diesem Mann sonst wird eine große Fassade auf Erden sein ein großer Unheil verbreitet sein und das ist die Versuchung auch hier ist gemeint die Unzucht und das ist heute weit und breit zu sehen in diesem Fall die Eltern haben nicht das Recht ihre Kinder diese Ehe zu verbieten das heißt es gibt normalerweise einen Richter der das macht aber wenn kein Richter vorhanden ist dann gehen die imam klärt die Eltern auf wenn die Eltern dann sich Allah und den Gesetten widersetzen in diesem Fall ist der Imam dann verantwortlich für diese Tochter und wenn sie dann auch heiratet und die Eltern machen Dua bitten Allah damit die Tochter unglücklich wird oder der Sohn in diesem Fall diese Bittgebete werden nicht von Allah erhört warum weil da ist Feindschaft in diesen Bittgebeten und das akzeptiert Allah nicht oder noch eine Sache die verboten ist im Islam beim Dua beispielsweise jemand sagt ja Allah lass mich ein Prophet sein ist das möglich es gibt Menschen die machen solche Dua es ist unmöglich weil der letzte Prophet ist gekommen das war Muhammad das ist der Siegel aller Propheten mit ihm schickt Allah keinen einzigen Propheten mehr der einzige der noch kommen wird der von Allah erhoben wurde ist Isa der wird noch mal kommen aber er wird nicht als Prophet kommen um eine neue Botschaft zu bringen nein er kommt als Unterstützung für die Ummah und auch beispielsweise jemand der bittet Allah um etwas was Allah verboten hat es gibt Leute die sagen ich weiß nicht ich möchte diese Frau haben diese Nacht und ich möchte mit dieser Frau haben oder ich möchte diese Feier Zustande bekommen all das was Allah verboten hat wenn du Allah bittest um etwas was verboten ist Allah erhört deine Bittgebete auch nicht also erstens die Aufrichtigkeit ist sehr wichtig zweitens keine feindschaften Bittgebet das ist wichtig damit unsere Bittgebete erhört werden und noch dazu das ist sehr wichtig das ist ein Problem bei den Muslimen heute diese Ungewissheit beim Bittgebete diese schwache Überzeugung beim Bittgebete und dieser Zweifel an Allahs Versprechen beim Bittgebete das sind Hindernisse für die Annahme unserer Bittgebete viele Muslimen auch mal haben ein großes Problem sie testen Allah die testen Allah indem sie versuche heute Allah zu bitten ich gucke ob Allah mehr gibt oder nicht das ist verboten im Islam du darfst Allah nicht testen er hat dir versprochen du musst Allah bitten und die Voraussetzung erfüllen und Allah erhört deine Bittgebete das heißt man muss Allah mit Yaqeen bitten subhanahu wa ta Yaqeen heißt die Gewissheit mit 100%iger Überzeugung ohne Zweifel Allah bitten und Aber die Atemweise wie Allah antwortet überlässt du Allah Warum überlassen wir das Allah Du bist ein Diener du bist verpflichtet Allah zu bitten subhanahu wa ta Allah ist der Allwissende Sein Wissen umfasst alles Allah sieht Dinge die du nicht siehst Manchmal wir Menschen wollen etwas haben und wir sehen in dieser Sache etwas Gutes darin Aber weil Allah alles weiß und weiß das was du nicht weißt und kennt die Konsequenzen subhanahu wa ta'ala von dem was du haben willst wenn du es hast Allah gibt dir nicht das was du haben willst sondern etwas anderes als das Beispiel du willst Allah um eine bestimmte Frau du willst sie heiraten du sie sie etwas Gutes in dieser Frau du sagst das ist die Traumfrau mit kann ich ein schönes Leben leben das denkst du aber Allah kennt diese Frau besser als du Allah kennt das Verborgene das was du nicht kannst das was du nicht siehst du siehst die Frau vielleicht ein zwei Mal aber Allah sieht in ihr Herz was in diesem Herzen drin ist wie viele schlechte oder gute Eigenschaften und Allah sieht ob diese Frau zu dir passt oder nicht ob du diese Frau passt oder nicht also Allah kennt alles und weiß alles und kennt die Konsequenzen diese eher wenn sie stattfinden würde weil das was man sieht ich sehe das ist gut aber nein Allah sieht darin kein was macht Allah Allah gibt ja diese Sache nicht und erschwert ja diese Angelegenheit warum weil es kein Khair für dich ist weil Allah weiß und du weißt nicht denn Allah weiß alles aber du nicht unsere Wissen über bestimmte Personen über Dinge im Leben ist begrenzt unsere Wissen unsere Entscheidungen Urteile sind abhängig von dem was wir hören was wir sehen aber Allah nicht er kennt das Verborgene er kennt das was wir verbergen es gibt Menschen die bitten Allah um Reichtum ja Allah ich will reich werden jeden Tag Allah erfüllt diesen Wunsch auch nicht oft weil Allah weiß subhanahu wa ta'ala weil er die Zukunft kennt und kennt diese Person am besten sogar Allah kennt uns besser als wir uns selbst kennen was macht Allah gibt ihm nicht seinen Wunsch erfüllt ihm nicht seinen Wunsch warum weil Allah weiß das wird sein Dienst schaden vielleicht ist er er am beten er am fasten er lebt unterhaltsam Maschallah plötzlich kommt Geld und Geld ist Versuchung jetzt will er leben plötzlich fängt er an seine Gebete zu vernachlässigen etwas später zu beten warum weil Geld ihn abgeschäft ihn abgelenkt hat was macht Allah Allah gibt ihm nicht was er sich wünscht nicht weil Allah dich hasst nein zum Gegenteil die Ulamas sagen sehr schön Spruch von Ibn Jawzi Rahimahullah sagt manchmal gewährt Allah etwas oder verwehrt Entschuldigung Allah verwehrt etwas du verlangst etwas aber Allah verwehrt dir das er gibt es dir nicht warum um dich vor etwas zu schützen was du nicht siehst welcher du nicht weißt du kennst es gar nicht aber Allah als er dir das verwehrt er hat damit Schutz gewährt deswegen sagen die das Verwehren Allahs kann gleichzeitig das Gewähren Allahs Bedeutung damit hat er dich geschützt für etwas was dir schaden kann welcher du mit eigenen Augen nicht sehen kannst weil du das Verbrauch nicht siehst versteht ihr mich ein bisschen es ist sehr wichtig in Islam die Ergebnisse unserer Gebete Allah zu überlassen Allah subhanahu ta'ala manchmal subhanallah Allah subhanahu du fragst etwas du kriegst es nicht direkt warum weil Allah dich hasst das denken viele muslimin du darfst dich als muslim nicht verachten beim Bittgebet du darfst dich nicht verachten wegen dem was du von dir selbst kennst was heißt das das bedeutet du sagst ich bin schwach ich bin kein guter Diener Allah ich erfülle nicht alles was Allah von mir verlangt ich bin nicht so gehorsam wie Allah verlangt subhanahu aus diesem Grunde verachtest du dich selbst und du verachtest deine Bittgebete und du denkst Allah wird meine Bittgebete nicht erhören das stimmt nicht Allah hat sogar Iblis einen Wunsch erfüllt also sagt Rabbi lass mich leben bis zum Tag der Auferstehung bis zu einem bestimmten Tag ich will nicht sterben lass mich jetzt so lange leben bis zu diesem bestimmten Tag und der Iblis keiner so schlimm wie Iblis keiner so schlimm wie der Scheitan trotzdem hat Allah seinen Wunsch erfüllt dein Wunsch wurde erfüllt du wirst so lange leben wie ist der Scheitan und du bist kein Scheitan du bist ein Muslim du glaubst an Allah du hast Fehler das heißt wenn Allah den Scheitan seinen Wunsch erfüllt warum du nicht nur weil du Sünden hast nein schau nicht auf deine Sünden wenn Allah den Scheitan seinen Wunsch erfüllt dann ist es eher dass Allah deine Wünsche erfüllt das heißt bitte Allah mit Gewissheit du musst Gutes denken von Allah denn Allah so zu dir wie du von ihm denkst man darf die Hoffnung nicht verlieren bitte Allah mit Überzeugung mit Gewissheit Allah wird meine Bitte erhören nicht zweifeln und Allah wenn er dir eine Sache direkt ob du stand bleibst bei Bittgebeten oder nicht und wir haben gesagt dass Allah wenn der Muslim Allah bittet immer wieder immer wieder Allah gibt nicht sofort seine Angelegenheit warum Allah sagt ja erledige nicht seine Sache warum ich liebe es seine Stimme zu hören wer bist du ich und du als einfacher Mensch Diener ein armer Mensch Allah der Ahab liebt es deine Stimme zu hören obwohl er deine Stimme gar nicht nötig hat Allah braucht nichts keine Taten keine Gehorsamkeiten weder unsere guten Taten können Allah bereichern noch können unsere Sünden schaden aber guck mal die Eigenschaft Allah liebt es deine Stimme zu hören und prüft deine Geduld also gib nicht auf mach weiter Allah will sehen wie standhaft du bist Allah will sehen wie aufrichtig du bist mein Bitt Gebet weil oft ist es so man bittet Allah man kriegt seine Sache man hört auf Allah zu bitten und manchmal ist eine Erziehungsmasnahme von Allah wie denn du bist nicht bekannt bei Allah dass du so viel Dua machst und Dua ist eine Ibadah Dua an sich ist Ibadah wie ist es hier gemeint durch deine Niedergeschlagenheit und die Gebrochenheit deines Herzens und deine Zuwendung zu Allah ja und eine Anerkennung dass Allah subhanahu wa ta'ala dich überhäuft hat mit seinen Gunsten erfüllt außer Allah durch diese Eigenschaften die sich in deinem Herzen mischen in dem Moment und Niedergeschlagenheit und Unterwerflichkeit vor Allah in dem Moment wo du Allah bittest dadurch ist der Dua ein Ibadah geworden durch diese Eigenschaften ist das Bitt ein Ibadah im Islam durch diese Niedergeschlagenheit Niedergebrochenheit des Herzens das ist oft so wenn wir jemand sehen beim Dua er ist so ein miskin ein armer so ganz ich bin dein Dienchen nicht Diener wie Katze Kätzchen das ist verniedlich und sag ich bin nicht nur ein Diener sondern er hat dich noch kleiner gemacht als er ist und das war ein Sahabi gewesen ich bin dein armer der 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 benötigt Allah der deine Hilfe braucht ich bin deine Hilfe bedürftig das liebt Allah das liebt Allah es gibt eine sehr schöne Erklärung von von Ibn Rajab Al-Hambali er hat gesagt manchmal Allah prüft den Menschen und durch die Prüfung holt Allah aus ihm die Bitt Gebete raus weil alle Wege sind zu alles du hast dich überall hingegangen nach Hilfe gesucht alle Wege sind zu Allah hat sie geschlossen absichtlich nicht weil er dich hasst sehr wichtig nicht weil er dich hasst weil wenn Allah dich hasst subhanahu ta'ala hätte dir alles gegeben und brauch dann nicht aus die Gebete zu hören Allah prüft sogar für Al-Athar ist eine Überlieferung Allah sagt zu den Malaika ich habe mein Diener geprüft um sein Dua zu hören weil Allah diese Eigenschaft liebt Allah liebt diese Ibad der beweist dich wirklich dass du ein Diener bist dass du ein armer Mensch bist dass du abhängig von Allah bist dass du abhängig von seiner Versorgung subhanahu bist dass du abhängig von seiner Hilfe bist du bist bedürftig du brauchst Allah das liebt Allah wenn das ist etwas besonderes bei Allah und Ibn Jauzir Ibn Rajm Al-Hambali sagt Allah prüft seinen Diener so sehr und der Diener Allah bittet fängt an Bittgebete zu machen weil er jetzt keine andere Wahl hat außer Allah zu fragen Es gibt mal eine ganz kurze Geschichte ganz schnell von Hajjaj Ibn Yusuf Al-Hajjaj ist bekannt Seine Sprache war sein Schwert Er war ein Tyrann gewesen und eine alte Frau in seiner Zeit hat einen Sohn der für sie sorgt Eine alte arme Frau braucht ihren Sohn und subhanallah der wird festgenommen von Hajjaj Ibn Yusuf Die arme Frau hat niemanden Sie sucht sich jemanden sie kennt ein Mann der Position der Zeit hatte in der Gesellschaft sie ist zu ihm hingegangen und bittet ihn um Hilfe dieser Mann natürlich er geht überall hin weil er Bekanntschaften hat die ebenfalls in der Gesellschaft eine Position haben klopft von Tür zu Tür versucht Hilfe zu sucht nach Hilfe um diesen Jungen zu befreien er kehrt erschöpft nach Hause den ganzen Tag lang sucht er nach Hilfe er legt sich hin und schläft in diesem Schlaf ruft ihn eine Stimme sagt du bist die Person die von Tür zu Tür gegangen ist und klopft dann die Türen an auf die Türen um diesen Jungen zu befreien sag hast du nicht eine Tür vergessen der Mann sagt welcher Tür sagt die Tor des Himmels du hast vergessen Allah zu fragen du hast vergessen Allah zu fragen du hast jeden gefragt aber nicht Allah subhanahu ta'ala und das ist der Sinn der Sache Allah erschwert die Angelegenheit alle Wege sind geschlossen nur ein einziger alle Türen sind geschlossen außer der einzige Tür das ist die Tür Allah das heißt Allah zwingt seinen Diener Allah zu bitten weil er ihn liebt er will aus ihm diese Bittgebete rausholen er will sein Munajat Allah will sehen wie sein Diener ihn anfleht das liebt Allah subhanahu ta'ala Allah liebt wenn man ihn ständig fragt er liebt es er liebt seine Stimme zu wie du ihn rufst wie du weinst wie du ihn anflehst um Hilfe um alles was du willst Sahabe sagen Wallahi wir haben Allah um Salz gebeten Salz hat jemand gesehen wie er schnell gebetet hat sag Subhanallah sag hast du nicht Wünsche die Allah erfüllen soll sag Wallahi ich frage Allah Salz im Bitt gebet ich frage Allah nach Salz wer denkt heute nach Salz zu fragen Subhanallah weil sie wussten der Gebende ist Allah der einzig der Wünsche erfüllt ist Allah der einzig der Probleme löst ist Allah Subhanallah Ibn Rajab Al-Hamla sagt Allah prüft Druck wächst auf diesen Diener er weiß nicht mehr wohin jetzt plötzlich erkennt es gibt nur einen Weg Allah zu bitten Dua weil der Rasul sagt Dua hilft gegen Prüfungen die schon auf der Erde angekommen sind und gegen Prüfungen die noch nicht angekommen sind die noch nicht von Allah herab gesandt worden sind und sogar sagt wenn der Dua von einem Diener stark ist wenn du richtig mit Aufrichtigkeit Dua machst um Allah bitte subhanahu wa ta'ala dein Dua steigt herab zu Allah unterwegs ist die Prüfung sie trepfen sich im Himmel was passiert ein Streit dein Dua kämpft gegen die Prüfung die normalerweise runterkommen muss jetzt kämpfen sie im Himmel wenn der Dua stark ist was passiert er besiegt die Prüfung die Prüfung wird von Allah wieder aufgehoben subhanallah sagt wenn der Dua schwach ist die kämpfen trotzdem was passiert die Prüfung kämpft die Prüfung wird durch den Kampf erschöpft die kommt runter aber schwächer als sie normalerweise gekommen wäre also der Dua hilft auf jeden Fall und Rasul Allah sagt nichts verändert nichts verändert das vorher bestimmte außer das Bittgebet Ad Dua Ad Dua ist sehr wichtig Wallahi Adin ist eine der wichtigsten Waffen des Muslims das Bittgebet das eine Ausrichtung für ein Muslim Ibn Rajab Al-Hamban sagt Allah drückt 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 subhanallah al-adhim bis Allah aus sein Diener das Bittgebet raus holt und er bittet weiter er bittet weiter Allah gibt nichts wochenlang es abhängig von unserer Hartherzigkeit er sagt dann so weit subhanallah will sein Diener etwas klar machen er macht so viel Dua Allah erfüllt nichts nach viel Zeit die entgangen ist die Vergangen ist was passiert der Diener sitzt irgendwo an der gleiche Stelle wo er angefangen hat Allah zu bitten subhanallah was passiert dann er fängt an zu weinen es tut ihm weh er ist traurig er spürt Weichherzigkeit und er hat er 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 sagt ich bin es nicht wert dass Allah meine Bittgebete er hat und fängt an zu weinen niedergeschlagen sein Herz ist gebrochen er weint wirklich richtig weint Allah wollte es so weiter bringen, um diesen Zustand zu sehen bei seinem Abt. Diese Ergebenheit. Niedergeschlagenheit. Ja Rabbi, ich bin nichts. Erst hast du erkannt, dass du wirklich ein Diener bist. Derjenige, der innerlich wirklich vom Herzen fühlt, ich bin es nicht wert, dass Allah meine Bildgeräte erhört. Allah sieht, dass sein Diener sich selber jetzt verachtet und fühlt sich ganz klein, weil vorher, Maschallah, Kibber im Herzen, Hochmut, Allah, wenn er will, bist du verloren. Nein, Allah will diesen Zustand bei seinem Diener sehen. Er ist jetzt niedergeschlagen, hat erkannt, er ist nichts. Jetzt gibt ihm Allah seine Sache. Erst dann gibt ihn Allah, weil Allah wollte aus ihm etwas anders machen, als er ist. Allah wollte ihn erzielen, subhanahu wa ta'ala. Erziehungsmaßnahmen. Ich will aus dir, Abdi, einen anderen Abt machen. Einen Abt, der erkennt sich selbst, wer er ist, der nicht hochmütig ist, der keine Selbstgefälligkeit im Herzen hat, der erkannt hat, und wirklich, dass er wirklich ein wahrer Diener ist. Wortwörtlich Diener ist. Weil wir sind nicht einfach so frei, wir leben, wir machen, was wir wollen, sondern wir sind die Diener Allahs. Allah macht mit seinem Diener, was er will, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Person, die Dua macht, und ihre Wünsche werden nicht erfüllt. Das heißt nicht, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, sie vergessen hat. Oder Allah hört seine Bittgebete nicht, weil Ayyadu Billah. Allah hört sie auf jeden Fall, subhanahu wa ta'ala. Aber Allah manchmal hat Verschiedenes vor mit seinem Ibat. Und wie gesagt, Voraussetzungen müssen erfüllt werden. Und eine sehr wichtige Voraussetzung mit der Geschichte ist, was dieses Thema gerade betrifft, wollte ich einen sehr wichtigen Punkt von Ibn al-Qayyim erwähnen, rahimahullah. Es gibt Leute, die bitten Allah, einmal, zweimal, dreimal, kriegt nicht seine Sache hart auf. Ich bitte Allah nicht mehr. Das ist ein Verlust. Weil jedes Mal, wenn du Allah bittest, du hast Ajr für die Ibadah. Das heißt, du hast Ajr für Ibadah. Und Dua, liebe Geschwister, Wallahi. Wenn wir Allah bitten, in der Zeit, wenn es uns gut geht, in der Erleichterungszeit, wenn es uns gut geht, keine Prüfungen, diese Dua geht nicht verloren. Weil wenn eine Prüfung kommen soll, da irgendwann mal, diese Dua wird bei Allah, subhanahu, bewahrt und Allah benutzt es dann gegen diese Prüfung, dass sie aufgehoben wird. Allah beseitigt diese Prüfung durch die Dua, die du gemacht hast, in der Zeit, wo es dir gut ging. Dort hast du Allah nicht vergessen. Allah vergisst dich jetzt nicht. Deine Bittgebete werden erhört. Es gibt sogar vom Athar, dass wenn ein Diener Allah immer Dua macht, immer Allah bittet, ob das in guten oder schlechten Zeiten und besonders in guten Zeiten. Weil oft Menschen vergessen Allah in guten Zeiten. Wenn es ihm gut geht, er ist vergesslich, lebt sein Leben und vergisst Allah. Und bittet Allah gar nicht, subhanahu wa ta'ala. So, ob er Allah gar nicht braucht, kommt eine Prüfung, fängt er an, richtig Allah zu bitten. Das ist nicht gut im Islam. Weil die Malaika, wenn du Allah ständig bittest, wenn es dir gut geht, was passiert, deine Stimme wird dir aufgehoben. Die Malaika hören ja deine Stimme. Die empfangen deine Bittgebete. Was passiert dann, wenn eine Prüfung kommt, du bittest Allah noch stärker, noch mehr alles vorher, mit mehr Hingaben, mehr Konzentration, mehr Gewissheit und Überzeugung, die Malaika sagen, ja, das ist eine bekannte Stimme, die kennen wir. So erleichtert seine Angelegenheit, ja, die Malaika fangen an, für dich Dua zu machen, bei Allah, damit Allah schnell wie möglich deine Angelegenheit erleichtert. Und die Bittgebete von den Malaika werden erhört, bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Aber jemand beispielsweise, der Allah, subhanahu wa ta'ala, in den guten Zeiten gar nicht bittet und vergisst Allah und macht gar kein Dua. Aber erst, wenn die Prüfungen kommen, wenn harte Zeiten auf ihm kommen, fängt er an, richtig Dua zu machen. Die Malaika sagen, ja Rabbi, diese Stimme ist uns unbekannt. Erledige nicht seine Angelegenheit. Du musst Allah erkennen, subhanahu wa ta'ala, nicht nur in den schweren Zeiten, auch wenn es dir gut geht. Das heißt, erkenne Allah in den schönen Zeiten, in den guten Zeiten, wo es dir gut geht. Dann wird Allah für dich sein, subhanahu wa ta'ala, wenn es schwere Zeiten kommen. Heute, viele geben Allah die Schuld, hau'lubu billah. Diese Menschen müssen sofort Tawbah machen, sofort. Denn es liegt an uns und nicht an Allah. Und Ibn Qayyim, rahimallah, liebe Geschwüße, hat es sehr schön gesagt, für die Leute beispielsweise, die machen jetzt einmal, zwei Mal Dua, nach zwei, drei Mal hören sie auf. Die sind in Eile. Die wollen, dass die Sache sehr schnell erledigt wird. Was machen die Leute? Die hören sofort auf. Ibn Qayyim hat ein sehr schönes Beispiel gegeben. Jemand hat ein Grundstück. Und wir haben ja diese Kerne, die wir benötigen, um zu sehen. Sagt, er nimmt diesen Kern und sät es in der Erde, dann bedeckt er es mit Erde. Was muss er dann machen? Er muss es dann die ganze Zeit übergießen, die ganze Zeit gießen, sich darum kümmern, Alhamdulillah, aufpassen, Alhamdulillah, dass die Erde gesund bleibt. Sagt, er macht es monatelang, normal bei einem, Beispiel, ein Baum wächst ja nicht von heute auf morgen oder ein paar Monate. Es braucht Zeit, bis es seine Früchte gibt. Ein Baum braucht Zeit, bis er wächst, bis er dann seine Früchte gibt, von der du Nutzen ziehen kannst. Sagt, Ibn Qayy, aber diese Person gerade, wo seine Arbeit, ihre Früchte zeigt, das heißt, dieser Kern, den er in der Erde, Alhamdulillah, begraben hat und übergossen hat, MashaAllah, sagt, Subhanallah, gerade wächst über die Erde. Das wächst ein bisschen über die Erde, das zeigt die Früchte seiner Arbeit. Hört er auf, sich darum zu kümmern. Er hat gerade die Arbeit verlassen, wo sie ihre Früchte zeigt. Hätte er weiter gearbeitet, hätte er mehr Früchte gesehen. Stimmt? Genauso beim Bittgebet. Du hast gerade angefangen, Dua zu machen. Einmal, zweimal, dreimal. Allah liebt es, deine Stimme zu hören, deswegen Allah, Subhanahu wa ta'ala, verzögert die Antwort, Azza wa Jum. Dann gerade, wo deine Bittgebete ankommen bei Allah, Subhanahu wa ta'ala, und steht kurz bevor, dass Allah die Früchte deines Bittgebetes zeigt, hörst du auf, Allah zu bitten. Das nennt man Istarjan. Das heißt, der Mensch will alles schnell haben. Das geht nicht nach unserer Laune. Sondern Allah entscheidet, wann und was du bekommst, Subhanahu wa ta'ala. Allah entscheidet, Subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Menschen, es gibt sogar ein Hadith, wo Allah sagt, Allah antwortet, er hört die Bittgebete von seinen Dienern, solange er nicht, man sagt, voreilig ist. Das heißt, solange er nicht sagt, es muss jetzt geschehen, es muss schnell geschehen. Nein. Sabr, Geduld, Dua und Geduld. Und Allah, Subhanahu wa ta'ala, wird auf jeden Fall deine Bittgebete erhören. Und da gibt es noch einen sehr wichtigen Punkt, inshallah, worauf wir Muslime achten müssen. Und das ist einer der wichtigsten Punkte. Unsere Ernährung. Unsere Verdienst. Wovon wir leben. Wovon unsere Kinder und Frauen leben. Wenn das Haram ist, wenn wir das Geld auf unerlaubte Art und Weise verdient haben, ja, beispielsweise, ich wurde mal gefragt, ob das Verkaufen von Alkohol halal wäre. Es ist klar für jeden Muslimen und Muslimen, das Beräuschende allgemein ist verboten im Islam. Ist verboten. Weil es den Menschen schadet. Allah hat uns etwas anvertraut. das ist unsere Seele und unser Körper und unsere Organe sind uns von Allah anvertraut worden. Wir müssen darauf aufpassen. Körper und Seele sind uns von Allah anvertraut worden, subhanahu wa ta'ala. Wir müssen also darauf aufpassen. Es bewahren. Und deshalb hat Allah alles verboten, was den Menschen schadet. Ob es Drogen, a'udhu billah sind, oder Alkohol beispielsweise. Und viele sagen, ein Glas schadet nicht. Doch, ein Glas kann auch schaden. Von wie viele Menschen haben angefangen mit einem Glas? Wo sind sie am Ende gelandet? A'udhu billah, im Landesklinik. Wegen psychischen Probleme, Störungen, Nervenprobleme, und wie oft ist es so, dass Menschen mit einem Glas angefangen haben, bis sie Alkoholiker geworden sind. Und jedes Mal, guck mal, der Schaden dahinter entsteht, a'udhu billah. Der Mensch hat nicht mehr seinen Verstand unter Kontrolle. Er macht Sachen, die schlimmer sind, als das Alkohol selbst. Wie die Geschichte von diesem Mann, dem eine Königin unbedingt, a'udhu billah, mit ihm Unzucht begehen wollte. Der Mann war tugendhaft, hat dagegen gehalten, masha'allah. Bis an dem Tag, die Frau hat ihn dann mit Gewalt reingebracht, sagt, entweder begehst du mit mir Unzucht, oder du trinkst ein Glas, du trinkst Alkohol, a'udhu billah, oder du tötest den kleinen Jungen jetzt hier. Sie hatten unter a'udhu billah unter Druck gesetzt. Er überlegt, was soll ich jetzt von diesen drei tun? Was soll ich von diesen drei tun, was am wenigsten Schaden hat? Er dachte, Alkohol trinken, nach Hause gehen. Er trinkt, wird betrunken, er begeht mit ihr Unzucht und tötet den Jungen. Das ist Alkohol, das sind Drogen, das ist das Berauschende. Und wie oft, wallahi l'adhim, in dieser Gesellschaft, oder egal wo man heute lebt, a'udhu billah, ist überall weit verbreitet, Menschen, die Alkoholiker geworden sind, die sind süchtig. Jedes Mal gehen sie, trinken draußen, kommen sie nach Hause. Was passiert? Die arme Frau, sie hat sehr schön gekocht, masha'allah, beispielsweise. Was passiert dann, weil er betrunken ist, er hat sich nicht mehr unter Kontrolle, fängt an, die arme Frau zu schlagen. Für etwas, was sie nicht getan hat, einfach aus Ungerechtigkeit. Die Kinder kriegen das oft mit. Dann irgendwann kommt das zu Scheidung. Und die Kinder landen im Heim, a'udhu billah. Er oft ist es so, diese Betrunkenen, gegen Karten spielen, oder pokern, oder spielen, a'udhu billah, dieser, wie sagt man das, Kumari, auf Deutsch, a'udhu billah, diese, Glücksspiele, genau. Oft, er lässt sein ganzes Geld, dort wo er gespielt hat. Er hat verloren, er geht mit so einer schlechten Laune nach Hause, weil er verloren hat, trinkt ein bisschen, a'udhu billah, ist betrunken, geht nach Hause, muss die Frau leiden, und die Kinder leiden. Wie viele Familien sind, wegen ein Glas Alkohol, mit dem ein Glas angefangenen Alkohol, a'udhu billah, Familien sind zerstört. Und das ist hier und überall, auf der ganzen Welt, a'udhu billah verbreitet. Wie viele Menschen betrunken, haben andere getötet, haben andere geschlagen, verletzt, wa'l a'udhu billah. Also Allah verbietet nur das, was die Menschheit schadet. Allah, subhanahu wa ta'ala, verbietet nur das, was die Menschheit schadet, sonst nicht, subhanahu wa ta'ala. Also dieser Alkohol, das Brauschende ist verboten. Und Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, alles, was Allah verboten hat, sein Verdienst, ist auch verboten. Wenn du etwas verkaufst, was Haram ist im Islam, das Geld, welches du verdienst, ist auch Haram im Islam. Und wenn du von Haram lebst, jetzt kommen wir zum Bittgebet wieder zurück, deine Bittgebete werden von Allah, subhanahu wa ta'ala, nicht erhört. Und der Beweis dafür, der Hadith des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam, wer sagt, ein Mann, Ash'at, Agbar, Ash'at heißt, ein Mann ist auf einer Reise, Musafir, auf einer Reise, Ash'at, Agbar, es heißt, ungekämpft, stäubig, auf sein Reittier, und hebt die Hände hoch zu Allah, also, das ist ein Beweis, dass man beim Bittgebet die Hände auch, Alhamdulillah, hochheben darf im Islam, sagt, er hebt seine Hände hoch zu Allah, und ruft, Ya Rabb, Ya Rabb, der Rasulallahu alaihi wa sallam sagt, wie soll Allah überhaupt seine Bittgebete erhören, warum, sagt der Rasulallahu alaihi wa sallam in diesem Hadith, wa ta'amu hu haram, wa libasu hu haram, das heißt, er lebt von Haram, er ernährt sich von Haram, von verbotenen Sachen, alayyadu billah, seine Kleidung ist Haram, das heißt, vielleicht auch sein Reittier, worauf er reit, ist Haram, sein Leben basiert auf verboten, a'udhu billah, verbotenen Sachen, Haram, verdienst, wa li'ayyadu billah, sagt er, wie soll Allah seine Bittgebete erhören, Rasulallahu alaihi wa sallam hier macht klar, dass seine Bittgebete nicht erhört werden, deswegen sagt er, der Rasulallahu alaihi wa sallam, Sa'ad, Sa'ad, radiallahu alaihi wa sallam, atib mat'amak, just tustajab da'watak, das heißt, atib mat'amak, sagst, lass dein Ernährung, dein Essen, dein Trinken, das, wovon du lebst, gut sein, damit ist gemeint, halal sein, tustajab da'watak, deine Bittgebete erhört werden, bei Allah, subhanahu alaihi wa sallam, die an Scheich einmal erwähnt hat, inshaAllah, damit unsere Bittgebete im Islam erhört werden, wa Allahu alam, subhanahu wa ta'ala, wa sallam, Allah khair.